Hey, willkommen zur weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Und ja, heute ist ein Weihnachtsvideo und zwar wie jede Woche. Am Dienstag gibt es mal heute wieder die Challenges von Donnerstag, Leute. Also nicht die Challenges am Donnerstag, weil viele sind irgendwie verwirrt, sondern die Leaks für die Challenges am Donnerstag, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, falls es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like in die Post-Wertigung und ein Abo da, Leute. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und wieder mit euren Freunden zu sein, Leute. Und ja, das wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ich wünsche mir jetzt heute mal wieder die wöchentlichen Challenges und diesmal von der Woche 4, Leute. Und ich würde mal sagen, wir labern nicht um den Brei herum und beginnen jetzt mal mit den ersten drei Free Battle Pass Challenges. Und ja, die erste Challenge lautet Bauer Gebäude, Leute. Und zwar müsst ihr hier nur 250 Teile bauen. Ich würde mal sagen, entweder 250 Wände oder Böden oder Dächer oder sowas um den Dreh. Also nur 250 Sachen. Insgesamt sind es dann 2500 Ressourcen, die ihr verbauen müsst. Das ist eigentlich relativ wenig, Leute. 2500 Ressourcen zu verbauen ist jetzt zum Beispiel nicht wirklich schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auch in Playground gehen wird, weil manche Missionen haben gebackt und die konnte man auch in Playground machen. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Und ja, falls ihr die 52 Sachen gebaut habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Kommen wir nochmal zur zweiten Challenge vom Free Battle Pass. Und zwar müssen wir hier springen mit einem Einkaufswagen oder mit einem ATK, also mit einem Buggy, durch brennende Reifen. Wir kennen es ja von diesen schwebenden Reifen, wo wir vom Boot springen müssen und dann durch diese schwebenden Reifen springen müssen. Das wird jetzt ein bisschen anders umgesetzt sein. Und zwar müssen wir hier, wie schon gesagt, mit dem Einkaufswagen oder mit dem Buggy durch brennende Reifen springen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die brennenden Reifen da ein bisschen die Schanzen sein werden, dass man irgendwie mit dem Auto oder überall so eine Schanze fahren muss und dann durch diesen brennenden Reifen. So kann ich mir das circa vorstellen. Und ja, falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Und dann kommen wir nochmal zur letzten und zwar zur letzten Free Battle Pass Herausforderung, würde ich mal sagen. Und zwar müssen wir hier einfach 3 Gegner in das die Niveau töten, Leute. Einfach 3 Gegner eliminieren, ist eigentlich eh nicht so schwer. 3 Gegner in das ist, glaube ich, jetzt nicht die schwerste Challenge, die wir jetzt je hatten in Battle Pass. Also relativ easy. Und ja, falls ihr es geschafft habt, also falls ihr 3 Gegner getötet habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP. Und ja, dann würde ich mal sagen, wechseln wir gleich mal zu dem Battle Pass Challenge. Also für die Leute, die den Battle Pass gekauft haben. Und ja, ich würde mal sagen, beginnen wir gleich mal ersten. Und zwar müssen wir hier 500 Schaden mit einer Sniper, mit irgendeiner Sniper an Gegner verursachen, Leute. Ist, glaube ich, auch nicht so schwer. 500 Schaden, das sind 5 Body Hits, vielleicht ein Heli oder 5 sind vielleicht 5 Body Hits, vielleicht wenn ihr jetzt keinen Headshot trifft oder halt einfach 3 Headshots mit einem Sniper. So ungefähr, ähm, so verteilt. Ja, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schwer, Leute. Also 5, 5 Body Hits mit einer Sniper zu machen. Und ja, falls ihr es geschafft habt, also falls ihr dann diese 500 Schaden voll habt, bekommt ihr 5 Sterne bis hin und 500 XP. Dann kommen wir nochmal zu den letzten 3 Challenges. Und zwar müssen wir hier einmal 7 Kisten in Flash Factory suchen. Das ist wahrscheinlich die Abfuck Challenge des Jahrhunderts, Leute. Weil Flash Factory wie Abfuck ist, Leute. Wir hatten so viele Flash Factory Challenges schon mit Kisten und so. Ich frage mich wirklich, warum jetzt keine andere Städte mal drankommen außer Flash Factory. Ähm, das ist mir noch immer ein Wunder. Aber ja, ist halt einfach so. Und man muss halt 7 Kisten aus Flash suchen, wieder Abfuck werden. Ich empfehle euch einfach ein bisschen zu warten, 1, 2 Tage. Dann soll es ein bisschen geruht sein. Da werden auf jeden Fall noch ein bisschen weniger Leute dorthin gehen. Und dann könnt ihr, wo eure 7 Kisten ist. Und dann könnt ihr eure 7 Kisten da easy finden, Leute. Und falls ihr 7 Kisten gesammelt habt, egal ob am Donnerstag oder später, bekommt ihr 5 Sterne bzw. 500 XP. Dann kommen wir nochmal zu einer weiteren Haarausstellung. Und zwar müssen wir Suche zwischen einer Tankstelle, einem Fußballplatz und einem Stuntberg, Leute. Ich habe das mit dem Stuntberg nicht ganz irgendwie herausfinden können, was ihr damit meinen. Aber ich gehe immer stark davon aus, dass es Stuntberg oder Berg heißen wird, so was im Dreh. Und auf jeden Fall wird das eh wieder so eine Schatzkarte sein. Das heißt, da wird wieder ein Stern sein. Diesen Stern müsst ihr einsammeln. Aber dann müsst ihr euch keine Sorgen drum machen. Diese Stern oder Suche zwischen Aufgaben werden dann eh wieder am Donnerstag geliegt. Und ich werde wahrscheinlich diesen Donnerstag auch nochmal ein Video zu dieser Karte machen. Also ja, könnt ihr euch auf jeden Fall am Donnerstag dann das Video zu dieser Aufgabe anschauen, Leute. Und ja, falls ihr es geschafft habt am Donnerstag oder später, bekommt ihr 10 Sterne bis 1.000 XP. Und ja, dann kommen wir nochmal zur letzten Aufgabe von dieser Woche, Leute. Und zwar müssen wir einfach drei Gegner mit einer Pistole eliminieren. Das ist eigentlich relativ easy, Leute. Drei Gegner mit einer Pistole. Also ich würde eher nicht die normale Pistole verwenden, sondern ehrlicherweise würde ich die schallgedämpfte Pistole verwenden, weil die meiner Meinung nach immer relativ OP ist. Es gibt natürlich Waffen, Leute, die besser sind als eine schallgedämpfte Pistole. Die schallgedämpfte Pistole ist einfach noch OP. Die Legendary macht 25 Damage, Leute, pro Körperschuss. Also kam jetzt hier von mir für Gönnen. Und falls ihr es geschafft habt, bekommt ihr 10 Sterne bzw. 1000 XP, Leute. Ja, das war es mit den Challenges, mit den Herausforderungen von der Woche 4. Und falls es euch gefallen hat, lasst euch ein Like und ein Post mal und ein Abo der Leute. Und vergessen wir nicht, die Glocke noch zu aktivieren und das Video mit euren Freunden oder Verwandten oder mit irgendwem zu teilen, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ja, haut rein. Ciao, bye. Euer Christian. Euer Christian. Untertitelung des ZDF, 2020